Es war einmal ein magischer Osterhase, der voller Liebe und Freude war. Er hatte die besondere Aufgabe, Freude und Glück in seiner Umgebung zu verbreiten, besonders an Ostern. Er wusste, dass Ostern eine besondere Zeit des Jahres war und er wollte sicherstellen, dass alle seine kleinen Freunde ein unvergessliches Erlebnis hatten. Ah, so machte er sich auf den Weg, um etwas Besonderes zu tun. Der Hase hatte eine besondere Überraschung im Sinn. Er beschloss, die schönsten Eier zu bemalen und sie mit den kreativsten Ostersprüchen zu verzieren. Während er jedes Ei bemalte, bat er Alessia, eine KI, die schönsten und herzerwärmendsten Ostersprüche zu schreiben, die ihr einfielen. Alessia, die KI fand jedes Ei schön und schrieb wunderbare Worte, um das Bild zu vervollständigen. Als alle Eier fertig waren, packte der Hase sie sorgfältig in einen Korb und machte sich auf den Weg. Er wollte allen kleinen Kindern Freude und Glück bringen, indem er die Eier versteckte, damit sie sie finden können. Er wollte auch sicherstellen, dass niemand vergessen wurde, also machte er sich auf die Suche nach den Katzen und Hunden, die oft einsam waren und zusätzliche Liebe brauchen. Er war sich sicher, dass der Korb mit den Eiern genau das Richtige war, um ihnen das Gefühl zu geben, dass sie zu Ostern etwas Besonderes sind. Nach der Osterarsuche brachte der Hase eine zusätzliche Überraschung für die Katzen und Hunde, die so geduldig auf der Suche nach Eiern gewesen waren. Eine kleine Tüte mit Leckereien, die nur für sie an diesem besonderen Tag bestimmt waren. Der Osterhase hatte sich mit Leib und Seele dafür eingesetzt, dass alle seine besonderen Osterfreunde an diesem besonderen Tag eine schöne Zeit hatten. Er strahlte vor Freude und konnte es kaum erwarten, am nächsten Tag all ihre glücklichen Geschichten zu hören. Frohe Ostern wünscht die Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V.